War Ihnen damals klar, was man sehr viel später nachlesen konnte in dem Buch von der Condoleezza Rice und dem Philip Zellikoff, also über die amerikanischen Verhandlungen, dass Sie denen zum Teil richtig massiv auf die Nerven gefallen sind mit Ihrem Beharren auf Eigenständigkeit? Das war mir klar, aber damit habe ich gut gelebt. Hat man das auch spüren können jetzt so in dieser Geschichte oder wurde das alles so diplomatisch? Man hat es durchaus spüren können, aber natürlich in diplomatischer Weise, also nicht massiv. Also Sie hatten nie das Gefühl, also sozusagen da wirklich offensiv kritisiert zu werden, das blieb da alles so unter der Decke? Nein, ich glaube, diese Kritik durchaus. Also im Sachgespräch, wo klar war, da gibt es Dissonanzen. Unsere Einschätzung von Nuklearwaffen zum Beispiel ist bis heute natürlich ein zentrales Problem. Da gab es die deutliche Rückfrage, wir wollten ein nuklearfreies Deutschland damals und wollten dies durchaus auch noch im Einigungsvertrag dann festschreiben. Natürlich innerhalb der NATO haben wir gesagt, Nuklearwaffen in Europa, in diesem zusammenwachsen in Europa, wofür braucht man das? Also da gab es natürlich große Dissonanzen und es war klar, dass den Amerikanern das nicht gefällt, wenn wir das vertraten. Es war übrigens auch klar, dass wir uns nicht durchsetzen würden, aber wir wollten das Thema auf die Tagesordnung setzen. Zwei Fragen noch. Eine, die wieder ein bisschen vorher spielt. Es gibt ja die berühmte Geschichte von Gerhard Schröder, der irgendwann mal angeblich am Kanzleramt gerüttelt hat. Ich habe also gelesen, dass Sie mit Ihrem Freund Gutzeit auch damals, also Monate vorher in Kneipen auch mal im Nikolai-Viertel gesessen haben und darüber geredet haben oder sich vorstellen konnten, also auch diese Macht zu übernehmen. Stimmt das? Also gab es solche, so analoge Erlebnisse, dass man irgendwo sitzt und sich vorstellt, okay, jetzt ist nichts, aber in ein paar Monaten wird alles anders sein? Ja und nein. Also nicht in Bezug auf den persönlichen Machtwillen, also das Rütteln am Kanzleramt, also ich will es jetzt sein. Aber es war die mehr theoretische, aber dann auch der Versuch, die Existenz sozusagen der Theorie folgen zu lassen, wie ja schon bei der Parteigründung. Ich wollte ja nicht Minister werden, aber es war immer in diesen Wochen und Monaten die Frage, wir müssen etwas, wir können nicht auf einen kleinen Gorbatschow warten. Das heißt, wir müssen etwas selber tun, Verantwortung für die eigene Wirklichkeit übernehmen und da kann man nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt. Ich habe immer gesagt, wenn ein Besserer, den ich selber für besser halte, da ist und auch die Chance hat, gewählt zu werden, soll er es werden. Aber wenn nicht, dann musst du es selber werden wollen. Ich hatte, das ist vielleicht eine interessante Geschichte, im Herbst 89 mit einem ungarischen Freund, den ich in dieses ökumenische Zentrum eingeladen hatte, eine lange Diskussion. Das waren zwei ungarische Pazifisten, katholische Pazifisten. Wir hatten ein Seminar über gewaltlose Konfliktlösungen und in der Nacht diskutierte er, er gehörte auch einer der neuen Gruppierungen, der Liberalen, der Freien Demokraten an, und sagte, wenn wir in der Wahl gewinnen, tritt er aus. Und dann hatten wir eine heftige Debatte und ich habe ihm genau dies gesagt. Wenn du dies tust, dann nimmst du deine Verantwortung nicht wahr. Du musst bereit sein, es sei denn, du weißt, einen Besseren, auch Innenminister zu werden und natürlich auch eine Polizei zu befehligen. Du kannst dann Strategien anwenden, die gewaltmindernd sind, aber du musst natürlich auch dafür sorgen, dass die Polizei bewaffnet ist. Eine nicht bewaffnete Polizei geht nicht, der Mensch ist nicht so. Also das war durchaus, wenn auch eine mehr theoretische Forderung und wir ahnten nicht, dass wir wenige Monate später in die Situation kommen würden, solche Reden dann auch selber auszufüllen.